Fünf Rennen hat Mick Schumacher 23 noch Zeit, um zu zeigen, dass er das Zeug für die Formel 1 hat. Der Deutsche, der bisher noch ohne Vertrag für die kommende Saison ist, muss jede Chance nutzen, um sich bei den zwei verbleibenden Teams, die noch einen Sitz frei haben, zu präsentieren. Doch ausgerechnet beim ersten Training in Suzuka, Japan, leistete sich Schumi Junior einen absoluten Amateurfehler. Während der Auslaufrunde, und damit ohne jeden Druck, nach der Session verliert er auf der nassen Strecke plötzlich die Kontrolle über seinen Boliden. Offenbar hat er im aufspritzenden Regen eine Pfütze auf der Strecke übersehen und konnte auf der glatten Oberfläche seinen Boliden nicht mehr kontrollieren. Der Haasflitzer schlägt in die Bande ein. Mehrere Teile, unter anderem der Frontflügel und die vorderen Radaufhängungen, sind kaputt. Rund eine halbe Million Euro beträgt der Schaden. Immerhin. Das Jessie blieb unwahr ehrt. Teamchef Günther Steiner, 57, war nach dem Vorfall richtig sauer. Haas muss auf jeden Euro achten, ist der Rennstall mit den geringsten finanziellen Mitteln im Feld. Hinzu kommt, dass das Team seit mehreren Rennen auf die nächsten WM-Punkte wartet und mehrere Chancen ungenutzt ließ. Zuletzt lag das vor allem am Team selbst, am Anfang der Saison auch an Mick. Daher forderte Steiner erst am Vortag vom gesamten Team mehr Konstanz. Wir müssen uns stabilisieren. Diese Aufs und Abs unserer Leistungen sind nicht mehr zu akzeptieren. Und weiter. Das Wichtigste ist es, Fehler nicht zu wiederholen. Man kann sie einmal machen. Ein zweites Mal ist nicht gut. Und wenn du einen Fehler zum dritten Mal machst, bist du ein Idiot, wenn du mich fragst. Bitter. Nach den Millionenschäden von Saudi-Arabien und Monaco war es bereits der dritte teure Unfall in der Saison von Schumi Junior. Dabei zeigte die Formkurve in den vergangenen Wochen eigentlich nach oben. Um das Wochenende noch zu retten, und die Verhandlungsposition wieder zu verbessern, ist der Deutsche quasi dazu verdammt, in Suzuka Punkte zu holen. Jetzt erst recht, um den teuren Fehler aus dem Training zu kompensieren. Gut für ihn. Der Haas funktioniert im Regen. Im Training fuhr Mick die siebbeste Zeit.